aber jetzt funktioniert wenigstens dieses ganze matchmaking wieder besser fasz fasz ist die lobby voll und wie sieht es bei dir aus theoretisch noch 17 minuten ich verstehe nicht wo der jetzt hin ist wenn man geld sagt er sitzt wieder fort wenn du man nicht machen willst nur sagen ok Ja, der hat ihn besossen! Ja, der hat ihn besossen! Das ist ein Radar, das ist ein Radar aufgebracht. Oh mein, ich hab die Müll-Drohne. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. bereit hallo jo guck da ist er ja ich mache ja noch die shipment voll spielt das ding noch zu ende zusammen natürlich 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 ich will wie gesagt wir machen jetzt nur unsere spiele zu ende und dann kann es losgehen jawohl was ne neun kind hier müssen wir ja kohle sammeln das ist alles nur zum kaufen ja endlich ein sieg hier so ich wäre fertig nur 30 17 ist okay